Die Straße ist weg. Das muss ja dabei auch gehen. Hier nur so. Sind alle weg an der Straße. Da ist der Weg reingelaufen. Große Hörner, ne? Hallo Kuh. Guck doch nochmal. Die will nicht. Genauso wie die da hinten am Auto. Die fress das Auto gleich auf. Fress das Auto auf? Fress das Auto auf. Hallo Kuh. Na? Was los? Die leckt doch nicht das Auto. Ah. Kühe sind wiederkäuer. Wusstest du das nicht? Nein. Nein. Bei der Kuh sind die Röhren nach vorne so komisch gewogen. Bei der anderen geht es nach oben weg. Manche gehen nach hinten. Oh guck mal da hinten. Da hinten hat keine Spitze mehr. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite. Auf der anderen Seite. Auf der anderen Seite. Auf der anderen Seite. Gleich kommst du angerannt. Dann musst du mich retten. Wir haben nichts Röhrenes an. Es ist egal. Kühe sind Farbenblind. Guck mal kannst du mal die Hufen filmen. Dann weißt du warum du sie so festhalten kannst. Die Hufen. Die haben Hufen genauso wie unsere auch. Geht ihr zu? Jetzt mal los. Die Hufen und die Haufen sind.